Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal. Ja, ich wurde oft gefragt, ob ich nicht mal hier diesen Broadlink RM Pro Plus, das ich jetzt hier sogar, vorstellen kann. Ja, das ist eben so ein kleines Gerät, kostet zwischen 30 und 40 Euro und damit kann ich eben Fernbedienung emulieren, Infrarotsignale versenden, aber dann auch 433 MHz Signale, zum Beispiel für so Baumarktsteckdosen oder so, dann eben versenden. Ja, wie man das Ganze in den I.O. Broker integriert, wie man Fernbedienung anlernen, wie man dann eben so einen Fernseher oder Receiver ansteuern kann, all das schauen wir uns in diesem Video an. Link dazu packe ich dir in die Videobeschreibung. Ich wünsche dir hier ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, wie immer bei solchen Produkten müssen wir als erstes das Gerät in das WLAN aufnehmen. Damit wir das schaffen, brauchen wir hier die App Intelligent Home Center. Die lade ich herunter, ist hier nicht besonders gut bewertet, aber die brauchen wir eben auch nur für die Einrichtung. Der Rest läuft dann gleich über den I.O. Broker direkt. So, kann ich sofort öffnen. Meine Location braucht er wohl nicht. Notifications will ich auch nicht haben. Das habe ich alles gelesen. Ja, und jetzt geht es wieder los. Wir brauchen wieder mal einen Account. Ist jetzt hier nicht unbedingt der Hit. Ich bin da nicht so ein Fan von. Hier E-Mail gebe ich natürlich ein. Dann sende ich mir hier einen Bestätigungscode. So, der Code hat ein bisschen auf sich warten lassen. Hier ist er nun. Gebe ich ein. 8484. Ein Passwort vergebe ich auch. Da habe ich gerade auch schon ein bisschen mit gekämpft. Und da darf man jetzt nur Zahlen und Kleinbuchstaben scheinbar verwenden. Na gut. Next. Und dann sage ich Get Started. Wir sind hier, würde ich sagen, in Deutschland. Und jetzt könnte ich ein Gerät hinzufügen. Dafür muss ich den Broadlink erstmal in die Steckdose stecken. Da ist ein Micro-USB-Kabel dabei und auch ein Netzteil für die Steckdose, wie von Smartphones zum Beispiel. So, jetzt blinkt vorne die LED in blau ganz schnell. Und das heißt wohl, dass er im Konfigurationsmodus ist. Und jetzt klicke ich hier in der App auf Add Device. So, ich möchte hier eine Universal Remote hinzufügen. Und das ist ein RM Pro Plus. Also ganz oben hier der Punkt. Jetzt sagt er mir auch hier, die blaue LED muss blinken. Zwei bis drei Mal pro Sekunde. Okay. Next. Jetzt muss ich hier die Zugangsdaten für mein WLAN eingeben. 5 GHz ist auch nicht unterstützt. Aber 2,4 GHz habe ich hier parallel natürlich auch noch offen. So. Next. Und jetzt fügt er das Gerät hinzu. Also wieder hier ganz, ganz einfach, vollautomatisch. Sollte hoffentlich ohne Probleme jetzt hier gleich hinzugefügt werden. Jetzt blinkt die blaue LED schon mal am Broadlink ein bisschen langsamer blau. Jetzt gar nicht mehr. Ja, und jetzt hat er eine hinzugefügt. Das sieht doch super aus. Ich könnte ihm jetzt noch einen Namen geben. Ich nenne ihn einfach RM Pro. Und der ist hier im Wohnzimmer oder Master Bedroom. Keine Ahnung, diese Räume hier werde ich in der App E nie wieder benutzen. Okay. Ja, und jetzt können wir eben hier auswählen, was für Geräte wir damit steuern möchten. Der unterstützt natürlich Infrarot und 433 MHz. Also beides ist hier, wie gesagt, möglich. Ich würde jetzt erstmal hier gar nichts hinzufügen. Einfach zurück. Ja, und jetzt ist er eben hier in meinem Netzwerk und in dieser App, die sich jetzt hier in meiner App-Sammlung befindet und die ich auch erstmal nicht mehr verwenden werde wahrscheinlich. Gut, das war die Einrichtung und jetzt geht es im IO-Broker weiter. Als nächstes springen wir hier in meine IO-Broker-Testinstallation. Ja, und hier finden wir unter Adapter, wenn ich dann hier nach Broadlink suche, eben auch schon ein Adapter, mit dem ich das Ganze steuern kann. Aktuell ist hier Broadlink 2. Es gab auch mal einen Adapter und darüber sind eben die meisten Videos und Inhalte, die man aktuell findet. Der hieß nur Broadlink. Der wurde aber abgelöst, der wird nicht mehr weiterentwickelt. Deswegen hier Broadlink 2 benutzen. Davon erstelle ich hier eine neue Instanz. Einfach hier wie immer. Ja, und danach öffnet sich diese Konfigurationsseite. Im Endeffekt müssen wir hier erstmal nichts einstellen. Ich schließe das Ganze direkt und jetzt gehen wir hier mal auf das Log. Und hier sehen wir schon Broadlink 2. Danach kann ich auch filtern. Der hat hier eben schon mein Gerät ganz automatisch gefunden, mit dem Namen eben hier. Und ja, jetzt ist eben schon ein Broadlink hier hinzugefügt. Das heißt, wir müssen den hier nicht konfigurieren oder sonst irgendwas. Wenn er im gleichen Netzwerk ist wie der IO-Broker, dann sollte hier der Adapter das Ganze eben ganz automatisch finden. Und jetzt können wir hier das Ganze eben auch schon steuern. Ich gehe einfach mal hier links auf die Objekte. Und hier finde ich auch schon den Broadlink 2. Und hier haben wir jetzt unser Gerät. Und wenn ich das aufklappe, dann sehen wir einmal hier eine Temperatur. Die steht jetzt hier auf 0 Grad. Nicht so wichtig. Und hier können wir jetzt eben einen Anlernmodus starten. Einmal hier für Infrarot und einmal hier für RF. Das ist eben für diese 433 MHz Geschichte. Genauso können wir eben Codes senden hier auf dem Weg. Dann haben wir noch Szenen und hier verschiedene Status. Die würde ich sagen, schauen wir uns gleich an. Wir lernen jetzt erstmal hier ganz einfach einen Code an. Ich habe jetzt hier die Fernbedienung von meinem D-None-Receiver in der Hand. Und würde jetzt bei Learn einfach mal hier hinten auf den Button klicken. Hier. Da klicke ich drauf. Und habe dann eben den Lernmodus aktiviert. Und jetzt drücke ich die Taste eben auf meiner Fernbedienung. In diesem Fall habe ich jetzt Volume Up hier gedrückt. Und dann bekomme ich hier ein neues Objekt. Hier. Diesen Code habe ich jetzt bekommen. Das gleiche mache ich mit Learn hier nochmal. Klicke wieder drauf. Und klicke jetzt Volume runter. Also leiser. Und dann habe ich hier einen weiteren Eintrag. Ja, die sind natürlich jetzt hier nicht so sehr leserlich. Aber auf jeden Fall funktioniert das Ganze hier schon mal. Das Ganze kann ich hier auch umbenennen. Einfach hier auf den Namen klicken. Und das Ganze war ja hier lauter. Und dann schreibe ich mal D-None lauter oder Volume Up. Okay. Und das hier ist dann D-None Volume Down. Okay. So. Und so würde ich jetzt weitere Codes hier eben anlegen. Und das Ganze dann eben nach und nach weiter füllen. Wenn ich dann eben hier hinten auf den Button klicke, dann kann der RM Pro, das was er gelernt hat hier vorne, den Code, von der Fernbedienung, kann er eben selber quasi senden und so tun, als wäre er die Fernbedienung. Also hier könnte ich jetzt quasi meinen D-None Receiver schon lauter machen und hier wieder leiser. Da werden quasi genau die Codes gesendet, die er gerade gelernt hat hier. Genau wie bei der Fernbedienung auch, ist es dafür natürlich wichtig, dass die beiden Sichtkontakt haben. Also mein Receiver steht zum Beispiel im Schrank. Da müsste ich den RM Pro jetzt auch mit in den Schrank stellen. Für den Harmony Hub ist das ein bisschen schöner gelöst. Da habe ich eben ja so externe kleine Blaster und die kann ich dann zum Beispiel in Schränken verteilen. Das heißt, dann könnte ich den Harmony Hub oben drauf stellen, aber noch so einen Blaster in den Schrank legen. Das ist ein bisschen schöner. Die Möglichkeit gibt es hier nicht. Aber naja, der RM Pro ist ja so günstig, dass man davon auch zwei kaufen könnte. Und dann hätte ich hier eben zwei verschiedene dann eben in der Liste. Aber gut, das Prinzip ist klar geworden. Also immer hier Learn, hier drauf drücken, die Taste simulieren. Zum Beispiel hier auch für Power kann ich ja auch mal eben noch machen. Ich drücke hier drauf, drücke auf Power auf der Fernbedienung. Und dann habe ich hier eben D-None Power. Okay. Ja, und dann habe ich wieder einen Code angelegt. Das geht also relativ schnell. Man muss ja auch nur die anlegen, die man wirklich braucht. Und sollte irgendwas fehlen, dann holt man einfach irgendwann die Fernbedienung wieder und lernt den fehlenden Code eben auch noch an. Das Ganze habe ich jetzt einfach immer so weitergemacht. Hier mit meinem LG Fernseher. Alles, was mit LG anfängt, ist meine Fernbedienung vom Fernseher. Und alles, was mit D-None anfängt, waren eben die Kommandos hier für meinen Receiver. Ja, die habe ich jetzt eben alle nach dem gleichen Prinzip angelernt. Und jetzt gibt es ja hier unten noch Szenen. Da gibt es schon eine Szene Fernsehen. Und wie die definiert ist und wie man damit arbeitet, das schauen wir uns jetzt an. Dafür gehe ich nochmal hier auf die Instanzen und gehe dann bei dem Broadlink Adapter in die Einstellung. Und hier sehen wir unsere Szene auch schon. Hier States, die kann ich mal alle löschen. Die brauchen wir eigentlich nicht. Also wenn, dann würden wir eh unsere eigenen States anlegen. Naja, und wir können jetzt eben hier eine Szene zusammenbauen. Und diese Szene ist dann eben nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Kommandos. Das heißt, ich sage nachher, ich möchte Fernsehen im Blockly zum Beispiel und muss nur die Szene starten und nicht die ganzen verschiedenen Kommandos mit Fernseher an, Fernseher auf, HDMI stellen, was weiß ich, Receiver an, Receiver auf den richtigen Kanal stellen. Das muss ich dann eben alles nicht machen, sondern das kann ich eben hier reinschreiben. Das heißt, dieses Feld hier enthält Komma separiert die Liste der Kommandos, die quasi abgearbeitet werden sollen. Hier auch in der Reihenfolge. Ich schmeiße also erstmal alles raus, was hier gerade drin steht und habe dann in einem zweiten Tab hier meine Objekte geöffnet. Jetzt könnte ich entweder diesen langen Code hier nehmen. Das mache ich aber nicht, das ist nicht sehr leserlich. Und deswegen nehme ich hier den Namen. Und ich nehme jetzt zum Beispiel hier denonPower, kopiere ich mir und füge das eben hier ein. Komma für den nächsten Befehl und dann kann ich eben zum Beispiel meinen LG-Fernseher hier anmachen mit LG-Power hier unten. Also je sprechender die Namen sind, umso eher erkennt man das Ganze auch wieder, welcher Befehl da eigentlich hinter steht. Ja und so würde ich das jetzt einfach mal lassen. Jetzt könnte man eben noch den Eingang da richtig hinterlegen und so weiter. Es soll aber mehr zeigen, wie das Ganze ja grundsätzlich funktioniert. Ich klicke mal hier Speichern und Schließen. Dann startet hier der Broadlink-Adapter einmal neu natürlich. Und dann klappe ich das in den Objekten hier mal zu und habe dann hier unten meine Szene Fernsehen. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann werden eben die Befehle, die ich hier in den Kommandos hinterlegt habe gerade, die werden dann eben hintereinander abgearbeitet. Also erst wird der Receiver angemacht, dann ist im Standard 100 Millisekunden Pause dazwischen, also eine Zehntel Sekunde und dann wird der Fernseher angemacht. Ja, das können wir ja einfach mal testen, würde ich sagen, indem ich dann hier hinten gleich draufklicke. So, ich klicke also hier hinten auf die Szene. Ja, und wie man gesehen hat, sind die Geräte jetzt alle angegangen. Jetzt könnte man dazwischen noch warten, indem man hier dann eben in die Einstellungen geht und hier zum Beispiel 1000 Komma dazwischen schreibt. Das wäre jetzt eine Sekunde Wartezeit. So wären dann eben 10 Sekunden, gerade wenn man das Ganze anschaltet. Hier macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn, aber hier hinten möchte man jetzt vielleicht 10 Sekunden warten, bis der Fernseher dann auch wirklich an ist und auf Befehle warten kann. Und dann würde ich hier hinter zum Beispiel den Kanalwechsel auf HDMI oder was auch immer schreiben. So kann man das dann eben aufbauen und dann eben verschiedene Szenen hier hinterlegen, die man dann dafür nutzen kann, um Befehle in zeitlicher Reihenfolge hier eben abzuarbeiten. Ja, kommen wir zu einem kleinen Fazit. Das Gerät hier, wie gesagt, 30 bis 40 Euro super leicht einzurichten und kann eben super über den I.O. Broker integriert werden. So ein Harmony Hub, was eben die Alternative hierzu wäre, ist wesentlich teurer und kann noch nicht mal 433 MHz. Das heißt, das hier ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wenn man keine Fernbedienung braucht. Für die Harmony nutze ich ja ganz gerne dieses Elite-Paket, dass man eben diese Fernbedienung mit Display und so weiter noch hat. Und ja, das entfällt hier eben, aber wenn man keine Fernbedienung braucht, ist das auf jeden Fall eine super Alternative, super günstig und auch eben leicht einzulernen. Hiervon gibt es auch noch eine kleinere Variante, die nennt sich RM Pro Mini oder so, ist dann so ein kleiner Zylinder. Der kann dann eben kein 433 MHz. Das heißt, wenn du das nicht brauchst, dann würde ich sogar den Mini kaufen. Der ist dann sogar noch mal ein bisschen günstiger. Kann ich dir auch verlinken, einfach zum Preisvergleich. Der Rest müsste eigentlich genauso von der Integration funktionieren. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen oder weitergeholfen hat. Werde gerne Abonnent von dem Kanal, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.